guten morgen ich wollte ich gerne einmal die mini duftlampe bali zeigen die war letzte woche in den montags angeboten dabei vorletzte woche ja das ist die kleine schwester der kleine bruder zu großen bali bei der großen bali kann man hier noch so die schädeldecke abnehmen um das um den bader rein zu machen oder die wachswürfel bei dieser hier macht man hinten ist ein schädelchen da macht man den wachs rein ja also ich finde die total schön und die ist auch so filigran hier das ist alles so toll und wenn man sie an macht hat sie hinten halt so ein paar kleine löcher wo dann licht an die wand projiziert wird sozusagen das sieht im dunkeln natürlich noch ein bisschen eindrucksvoller aus und schöner aus als jetzt am tag aber ich finde das eine richtig schöne lampe die macht irgendwie den raum ja so ein bisschen mediterran mediterran finde ich schon alles klar wollte ich euch nur kurz zeigen bis dann und tschüss